Hallo, Anna-Marie, Jenny. Heute bleiben wir in Sankt-Bizervo, in Russland. Die Europäische Judo-Open-Champions-Senior-Junior. Eine Frage für Sie. Warum machen Mädchen eine Wahl für Judo? Du brauchst auch Kraft und Geschicklichkeit. Es wird nie langweilig beim Trainieren. Es macht einfach Spaß, da rumzureisen zusammen als Mädchen. Das ist eigentlich das Gleiche, was Anna schon gesagt hat. Und eine weitere Frage. Was möchtest du? Blüe Judoge oder weiße Judoge? weiße Judoge. Ich auch. Und eine weitere Frage. Warum weiße Judoge? Also meiner passt besser. Und es sieht einfach schöner aus, den weißen Judo anzuspielen, blauen anzuspielen. Bei mir passt der weiße auch besser. Und ich kämp' einfach lieber am weiß. Wo sind Sie von der Stadt? Stuttgart. Berlin. Okay. Good luck for competition. And one present for you. Why Judoge? Why Judoge? Why Judoge? Thank you. Cool. Ich kann schon da sein. Ja.